hello sehr herzlich willkommen auf dem kanal und willkommen zum neuesten video ja wieder kickstarter vorschau für diese woche zum glück auf der einen seite immer noch nicht so viele titel auf der anderen seite aber wieder ein großer titel ein blockbuster wie man sagen kann monster hunter world eine große franchise die hier wieder umgesetzt werden soll und zwar von steamforge games ja was ist soweit bekannt es ist ein boss battler im klassischen sinne ähnlich wie primers awakening auch eine franchise die dieses jahr schon umgesetzt wurde ja und seht hier monster große miniatur obwohl das ja die helden da sein soll mit riesen schwertern ja große drachen große miniaturen was gibt es hier es wird drei plätsches geben zum einen der sogenannte entry pledge das ist mehr oder minder eine abgespeckte version der core box sind wir schon bei 70 dollern dabei vier monster vier hunter 4 xl monster 600 karten ja das ist eine normale core pledge für 140 dollar bereits also verdoppelung da haben wir dann insgesamt fünf monster mehr ein monster ein drei weitere xl monster und ein xxl monster das doppelte anhandler ist also der content wird hier in der hinsicht auch verdoppelt und dann haben wir hier noch einen all in pledge für 279 dollar wo auch nochmal alles ordentlich gebuff wird also man kann hier wieder geld lassen ohne ende ja das projekt startet diese woche was ich noch ganz spannend finde ist mit welchem umrechnungskurs die arbeiten also hier sind 70 dollar 56 euro das doppelte sind dann hier 140 dollar logischerweise aber es sind dann 125 dollar also wenn ich 56 dollar als maßgabe nehmen ist das doppelte von 56 ja 112 naja müsste man dann mal selber durchrechnen ich finde das glaube aber wenn ich jetzt den wechselkurs richtig in erinnerung habe die realistische variante auf jeden fall viel geld ich bin nicht dabei zwei gründe dafür ein grund dafür ist steam forge games die haben dark souls derartig versaut dass diese firma erst mal beweisen muss dass sie auch gute spiele ja entwickeln kann barzand habe ich deshalb auch nicht mitgemacht das ist ende letzten jahres gelaufen bei kickstarter war aber eigentlich sogar recht erfolgreich was mich überrascht hat bei dem namen und der andere punkt ist ich bin bei primal all in und zwei solcher spiele die doch eine gewisse ähnlichkeit aufweisen auch wenn hier doch einige sachen unterschiedlich sind zum beispiel das finde ich tendenziell behandelt man zu hand ist eigentlich ganz cool dass wir das hier mehr fokus noch auf die positionierung in hinsicht mit distanz und so gelegt wird die positionierung ist auch bei primal sehr wichtig aber da ist eigentlich eher wichtig ob von vorne oder von hinten oder von der seite angegriffen wird wenn ihr einen vergleich zwischen beiden sehen wir den ich sehr empfehlen kann weil hatten war für mich auch noch mal richtig informativ dann king of average kennt ihr sicherlich der hat ein video dazu rausgebracht ich bin manchmal ein bisschen von dem angenervt von seinem miniatur fetischismus den er dort betreibt alle die den kanal kennen werden wissen was ich meine aber dieser vergleich zwischen primal und monster hunters ist wirklich zu empfehlen schaut euch das ruhig mal an als hat ich werde nicht dabei sein und der hauptgrund ist eigentlich vor allem als team vorgegeben dass ich da erstmal skeptisch bin und nicht beabsichtige denen noch weiteres geld zu geben bevor sie mir nicht zeigen dass sie ja hier eine franchise vernünftig umsetzen können apropos franchise letzte woche war gestartet marvel united sehr erfolgreich wie wir sehen 1,5 millionen euro sind schon zusammengekommen ja man steigt hier ein ab 65 dollar hat halt hier diese typischen figuren ja die kritiken das spiel ist das hauptspiel das basisspiel ist ja schon ausgeliefert worden und sind eigentlich recht positiv wir haben kurzweiliges spiel was mit kindern gut funktioniert ich wäre jetzt was tendenziell hätte ich doch überlegt für so ein 65 dollar pledge mal einzusteigen aber ich muss sagen ich kann mit den x-men noch am wenigsten anfangen also mit dem marvel helden doch schon eher kritisch wird es natürlich hat meine frau auch schon gesagt falls jetzt natürlich und er wird kommen deadpool dazu kommt den finden wir natürlich sehr witzig ja man hat hier magnete und so ja 65 dollar ist glaube ich ein ganz fairen nummer bitte beachtet hier aber dass zu den versandkosten auf jeden fall noch die steuern dazu kommen das hat cool million hat in den letzten kickstartern so gehandhabt und schreibt es auch ganz klar hier auch noch mal hin dass das zusätzlich noch dazu kommt also man muss aber grundsätzlich sagen wenn man das spiel haben will mit den stretch goals ist das hier die günstigste variante wirklich ranzukommen ist zwar auf englisch aber ich glaube der sprachaspekt ist im grunde genommen überschaubar so und dann endlich mal wieder was aus der spiele schmiede nämlich die verteidigung von prokyo und drei ist neu gestartet haben sie auch mit dazu geschrieben ich glaube das funding ziel wurde ein wenig reduziert 7300 euro sind bereit zusammengekommen 63 schmiede ja nach wie vor ist es glaube ich in meinen augen ein hauptsächliches teamspiel zwei gegen zwei eins gegen eins vielleicht es soll eine kooperative variante geben es gibt jetzt auch ein video zur kooperativen variante ich habe es mir angeschaut das ist nett aber es ist das was es ist ja also das ist auch vollkommen in ordnung sagen das ist eine dreiengabe dazu zu diesem system weil es eigentlich ausgelegt ist team gegen team und das also für mich ist es dann in der hinsicht dann einfach nichts wenn man jetzt aber sagt dass man nicht so wie ich ist dass man nur kooperativ spielt dann kann man hier glaube ich schon zuschlagen das klingt an sich nach einem guten spiel und beim tabletop simulator kann man es auch mal ausprobieren das finde ich eigentlich auch immer ganz nett ja das war kurz und bündig meine übersicht über die aktuellen crowdfunding projekte explorer ist für mich auch noch dabei habe ich jetzt nicht extra rausgesucht da hat der becky von der nische gestern abend ein video rausgebracht ich schätze mal die meisten die meinen kanal abonniert haben haben sowieso auch die nische abonniert oder schauen dort öfter mal vorbei wenn ihr bei hexplot auch überlegt ich schaue mir gerade sein video an wo er die verschiedenen teile miteinander vergleicht ich werde mir wahrscheinlich eins davon holen um es ja gewissermaßen dann so als sandbox spiel zu haben wie gesagt ich habe das video von becky noch nicht zu ende geguckt das werde ich jetzt gleich im einschluss mal machen und dann werde ich euch nächste woche sagen welches hexplot es dann wird das läuft glaube ich noch drei wochen also da haben wir von der seite her keinen stress ja ich wünsche euch eine schöne woche bleibt gesund wir sehen und hören uns nächste woche bis dann ciao